Down, Set, Short. Ja, da sind wir schon wieder. Eigentlich war angekündigt, dass wir uns am Donnerstag wieder hören. Jetzt hören wir uns am Mittwoch schon wieder. Ist das nicht schön? Ja, die Free Agency war dann ganz überraschend doch etwas ereignisreicher als gedacht. Und bevor wir am Donnerstag ein News-Segment in Länge von, keine Ahnung, über 60 Minuten haben, haben wir uns gedacht, ach komm, machen wir noch mal ein kleines Zwischen-Update. Es ist nämlich wieder einiges passiert und wir starten wie gestern auch schon nicht mit einer klassischen Free Agency-Verpflichtung, sondern mit einem Trade. Die New York Giants haben sich einen neuen Tight End ertradet und zwar von den Raiders. Es ist Darren Waller. Ja, ich mag den Move. Pick Nummer 100 ist der Preis, also Ende dritte Runde. Das heißt, Kompensation ist jetzt nicht viel. Klar, da hängt der Vertrag natürlich mit dran, muss man bei solchen Trades immer bedenken. Aber ich glaube, vom Value her passt es aus Giants Sicht. Und ich mag die Idee, in einer Off-Season, wir haben ja jetzt ein paar Mal drüber gesprochen, in der es einfach nicht viele Receiver-Optionen gibt. Also Free Agency ist nicht wahnsinnig viel, Draft ist eine vergleichsweise schwache Klasse. Da einfach einen richtig guten Receiving-Tight End erstmal so als Alternative zu holen. Ich glaube, das wird nicht der letzte Pass-Catcher-Move sein, den die Giants machen. Aber Waller ist ja doch mehr Receiver als echter Tight End, wenn wir ehrlich sind. Und wie gesagt, ich denke, die Giants werden noch was machen, aber jetzt hast du mal so einen Fixpunkt dir geholt. Man muss bei ihm natürlich sagen, Verletzungen waren die letzten Jahre ein Thema, hat immer wieder mal Spiele verpasst. Trotzdem aus Giants, ich glaube, ergibt es sehr, sehr viel Sinn, gerade auch für diesen Preis. Und die Raiders-Perspektive, ich weiß ehrlich nicht, wo die Reise dahin gehen soll. Ich meine, bei Waller wussten wir jetzt schon seit einer Weile, dass der Trade-Kandidat war. Vielleicht gab es da auch irgendwie hinter den Kulissen Geschichten, die dann irgendwie diese Trennung befeuert haben. Aber so richtig das Big Picture sehe ich eigentlich nicht. Du holst hier, Garoppolo haben wir gestern ausführlich drüber gesprochen. Eigentlich einer der Quarterbacks, die super darin sind, den Ball über die Mitte zum Tight End zu werfen. Und dann tradest du deinen Top-5-Receiving-Tight End, deinen Star-Receiving-Tight End. Der ja auch gerade letztes Jahr erst den neuen Vertrag unterschrieben hatte für sehr viel Geld. Also Raiders Perspektive für mich ehrlicherweise ein ziemlich großes Fragezeichen. Giants Perspektive, ich mag den Move und ich bin gespannt, was Brian Dable mit ihm plant. Sportlich mag ich den Move auch. Darren Waller, wenn er fit ist, wie du schon gesagt hast, ein Top-Receiving-Tight End in der Liga. Was mich so ein bisschen wundert ist, dass man jetzt wirklich sich einen, ja dann doch auch sehr teuren Tight End per Trade holen musste. Und vor allem, wenn wir im Hinterkopf behalten, A, es sind auf dem Markt noch relativ viele, also jetzt Free Agents sind noch einige zu haben. Also ein Dalton Schulz beispielsweise oder allen voran die anderen natürlich nicht ansatzweise auf dem Niveau von einem Evan Ingram. Gar keine Frage, aber wenn wir nach durchschnittlichem Jahresgehalt gehen, ist Darren Waller halt auch einfach der mit Abstand teuerste Tight End in dieser Liga. Und du investierst noch ein Pick, auch wenn es ein später ist. Und im Draft gibt es ja dann auch noch einige vielversprechende Tight Ends. Also, wie gesagt, sportlich mag ich es. Ob das jetzt ein Muss war, weiß ich nicht. Ich glaube, dass sie den Punkt sehen, so, wir müssen was in unsere Pairscatcher investieren und wahrscheinlich in mehreren tappen. Wo ich da einen Punkt mitgehen würde, ist, wenn wir jetzt sagen, du willst, du brauchst Receiver sozusagen, du brauchst Receiving-Qualität, sagen wir das einfach mal so. Und Waller ist natürlich ein sehr guter Receiving-Titant. Dann wäre die Alternative so ein bisschen zu sagen, ähm, Mikey Sicki zum Beispiel. Das wäre jetzt so der Free Agent-Titant, der mir jetzt einfallen würde. Mikey Sicki ist natürlich nicht auf dem Level, auf dem Waller ist, aber er ist auch ein guter Receiving-Präsenz auf der Tight End-Position, den du für wesentlich weniger kriegst. Oder ganz anders gedacht. Wenn du schon bereit bist, dir einen Pairscatcher zu traden, warum denn nicht dann gleich einen Receiver, wenn du halt im Vergleich zum Receiver-Markt und der Receiver-Draft-Klasse auf Tight End ja ganz andere Möglichkeiten dann doch dieses Jahr hast, warum dann nicht für einen Receiver traden? Also klar, die Andrea Hopkins ist jetzt nicht mehr der allerjüngste und wäre einen Ticken teurer gewesen, aber ich glaube, das wäre auch ein Schnäppchen, was du aktuell machen könntest und würdest schon direkt die Position adressieren, wo du am ehesten Bedarf hast. Also ich hätte es eher so in die Richtung gelöst. Trade für einen Receiver, Free-Agency-Draft-Titant-Position. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir Hopkins auch mitgeboten haben, dass sie eines der Teams waren, das da mitbietet. Vielleicht war der Unterschied von der Trade-Kompensation einfach zu groß. Also was man gerüchteweise hört, die Cardinals wollen für Hopkins ja einen Zweitrunden-Pick plus noch irgendwie eine Kleinigkeit, also Zweitrunden-Pick plus irgendwie ein Day, ja wahrscheinlich einen Tag-Drei-Pick, sagen wir es einfach mal so. Würde ich eher machen. Ja, vielleicht haben sie dann halt gesagt, dann nehmen wir lieber einen der letzten Picks in Runde drei für Darren Waller. Würde ich eher machen, den Zweitrunden-Pick plus X für die Andrea Hopkins als den jetzt für Darren Waller. Aber wie gesagt, sportlich mag ich das auch und ich bin auch sehr gespannt. Ich hoffe, er bleibt fit, weil dann kann er wirklich eine wichtige Säule, wichtige Waffe in dieser Offenseite, gar keine Frage. Stichwort Receiver. Wir haben gestern darüber gesprochen, da ist quasi nichts passiert. Jetzt ist ein bisschen was passiert. Zwei Receiver, zwei namhafte, haben neue Teams, allen voran Jacoby Myers. Und ich hatte ja am Ende der gestrigen Folge noch gesagt, oh, oh, das sieht aus, als würde da jemand überbezahlt werden können. Wurde er jetzt gar nicht. Jacoby Myers ist bei den Raiders untergekommen, quasi sozusagen der Ersatz für Darren Waller mehr oder weniger. Ja, also die Moves waren ja auch zeitlich nicht weit auseinander. Also es ging mir ja genauso. Es ist viel weniger, als ich gedacht hatte. Drei Jahre, 33 Millionen, also elf pro Jahr. Gerade mal zehn und halb sind voll garantiert. Da wird dann nochmal 2024 was garantiert. Aber sie könnten sich theoretisch, könnten sie sich schon nach einem Jahr mit unter vier Millionen Dead Cap wieder trennen von ihm, wenn sie aus dem Vertrag raus wollen. Was ich jetzt nicht vermute, aber die Option wäre da. Das unterstreicht, glaube ich, wie schwach dieser Vertrag eigentlich aus Myers Perspektive ist. Ähm, ich dachte auch, also ich dachte, dass der so in der 14 bis 16 pro Jahr Range ungefähr ist und dann vielleicht eher noch drüber geht, weil er so ein bisschen überbezahlt wird, weil halt weniger, also er ist ja der eine junge, gute Receiver so auf dem Markt. Und jetzt ist es ja echt ins Gegenteil gegangen. Man muss ja eigentlich fast sagen, das ist schon ein Schnäppchen für den Preis. Ähm, und ja, also sind wir wieder bei dem Punkt, wo wollen die Raiders mit ihren Investments hin? Für den Moment jetzt erstmal ist es eine starke Receiver-Gruppe. Auch wenn du jetzt Waller verlierst, kann man, klar, Waller ist nochmal eine andere Präsenz, würde ich sagen. Myers ist ein ganz anderer Receiver-Typ, aber rein so aufs Wide-Receiver-Core ist er ja eine super Ergänzung zu Devante Adams. Jetzt hast du, Myers hat ganz klar als Nummer zwei, was, glaube ich, auch seine beste Rolle ist. Ja. Ähm, sie haben Josh Jacobs per Tag gehalten, sie haben Hunter Renfro für die reine Slot-Rolle. Da ist schon viel, mit dem man arbeiten kann, für dann jetzt Jimmy Garoppolo und Josh McDaniels. Ähm, und ich glaube, für den Vertrag, muss ich sagen, also für den Vertrag wundert es mich, dass da nicht andere Teams noch vielleicht zwei Millionen mehr draufgepackt haben, weil ich finde, das ist ein sehr, sehr günstiger Deal für Myers. Einen sehr ähnlichen Deal hat Alan Lazar, der andere Watch-Receiver, ähm, der jetzt einen neuen Vertrag unterschrieben hat, bekommen, und zwar bei den New York Jets. Alan Lazar, zur Erinnerung, Ex-Packers-Receiver, sprich auch Ex-Target von Aaron Rodgers. Und der schwebt, der Schatten von Aaron Rodgers schwebt über New York wie nichts anderes in den letzten Tagen und Stunden. Ähm, Aaron Rodgers ist noch nicht bei den Jets, aber einer seiner Lieblings-Receiver von seinem alten Team ist schon da. Was hat das zu bedeuten? Ja, ich meine, wir sind ja schon an dem Punkt, dass, dass Listen rumgehen mit Namen, die Rodgers angeblich bei den Jets haben möchte. Ähm, und Lazar war einer davon. Ähm, ich meine, er ist ein solider Receiver, der letzten vier Jahre immer mindestens 500 Yards gehabt, 20, 21, 8 Touchdowns, letztes Jahr 6 Touchdowns. Er ist vor allem auch ein Spieler, den die Jets noch nicht haben. Also ein echter Big Slot. Also ich finde schon, er passt gut da rein. Der kann innen spielen, der kann blocken, der bringt eine Physis mit, die sie nicht haben. Das ist ein Schrank, das darf man nicht vergessen. Genau, und die Jets-Receiver jetzt, die beiden besten Receiver, die sie haben, Elijah Moore, Garrett Wilson, sind ja beide eher Quickness, Speed, Yards after Catch, so in diese Richtung. Ich denke, Corey Davis ist raus mit dieser Verpflichtung. Ich schätze, dass sie sich von dem trennen werden. Und dann ist Lazar, finde ich, schon eine gute Ergänzung dafür. Und für, jetzt sind auch elf pro Jahr, über vier Jahre, 44 Millionen sind aber mehr Garantien, als Jacoby Myers von den Raiders bekommen hat. Das hätte ich nicht gedacht vor der Free Agency, dass Lazar da den besseren Deal bekommt. Die Verpflichtung an sich, dass die Jets Alan Lazar holen, stört mich ehrlich gesagt nicht so wirklich. Weil ich finde, es ist jetzt zwar ein bisschen teurer Vertrag vielleicht als gedacht, zumindest was die Garantien angeht. Aber wie gesagt, der passt da gut rein. Es ist halt, es hat so ein bisschen, man hat schon den Eindruck, Rogers bestimmt da jetzt schon so ein bisschen was passiert. Aber gut, es scheint die Jets ja nicht weiter zu stören. Beziehungsweise, sie haben wahrscheinlich keine echte Wahl. Und ich vermute weiterhin, dass wir bald hören, dass Rogers zu den Jets geht. Aber diese Hängepartie ist natürlich schon so ein bisschen nervig. Ja, ist schon irgendwo ein bisschen albern. Vor allem, wenn da jetzt noch irgendwie so ein Ding draus gemacht wird, wie, ja, er verkündet es in der Show, wo er ständig auftaucht bei Pat McAfee. Was sich ja abzeichnet, weil er da heute Abend, also wahrscheinlich heute Nacht deutscher Zeit, zu Gast sein wird. Heute Abend deutscher Zeit, ich glaube, 18 Uhr. Ach so, früh schon. Also, quasi mittags in den USA, ja. Ah ja. Da wird Aaron Rogers zu Gast sein und wird wahrscheinlich seine Entscheidung verkünden. Und dann werden es auf einmal doch die Commanders. Wer weiß. Auf jeden Fall. Ganz ehrlich, was ich mir auch vorstellen könnte, die machen da jetzt riesen Tamtam drum und er sagt dann in der Show, ja, ich werde bald eine Entscheidung treffen oder sowas. Das könnte ich dir jetzt auch vorstellen. Nee, also irgendwann, du musst ja auch, also wie, wie doof ist denn das, wenn du die so lange hinhältst, dass die quasi in der wichtigsten Phase der Free Agency nicht genau wissen, A, wie viel Capspace haben sie zur Verfügung? B, um welchen Quarterback müssen sie in Offense planen? Ja, man kann natürlich, also man kann ja jetzt, wenn man jetzt wohlwollend ist, kann man ja so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen und sagen, mit dieser Alan Lazare-Verpflichtung wissen die Jets vielleicht, wo es hingeht. Und es ist halt, und Rogers hat aber einfach gesagt, ey, ich will es aber verkünden. So, vielleicht wissen sie seit gestern, Rogers kommt. Das halte ich auch für sehr realistisch. Genau, das kann durchaus sein. Aber ja, das ist soweit nochmal da, ne, soweit nochmal in den zweiten, dritten Tag der Free Agency reinzuziehen, wo sie jetzt schon seit Wochen sprechen. Ist einfach, ja, einfach nicht so ein idealer Look, das würde ich es einfach sagen. Also, da nimmt sich vielleicht auch jemand ein bisschen zu wichtig und das wiederum würde mich in dem Fall weniger überraschen. Kommen wir zu den Dallas Cowboys. Auch die haben einen Trade eingetütet und zwar für einen neuen Cornerback. Stefan Gilmore kommt von den Colts. Dass die Cowboys was auf Corner machen, das war immer so irgendwie im Raum. Ich dachte ehrlich gesagt, dass die das Team sind, das für Jalen Ramsey tradet, als sie da diesen Capspace kreiert haben und es hieß, Ramsey ist auf dem Markt. Gut, vielleicht wollten sie ihm nicht das Geld geben oder das Geld garantieren, was die Dolphins ihnen garantiert haben. Jetzt kriegen sie Gilmore von fünf drunter ein Pick, was natürlich auch guter Value ist. Gilmore ist sicher nicht mehr dieser Elite Nummer eins Corner, der er vor zwei, drei Jahren noch war. Und das unterstreicht der Preis ja dann hier auch. Aber das muss er ja auch gar nicht sein. Cowboys haben Trevon Diggs, Gilmore als Nummer zwei. Das ist dann eine komplett andere Konversation. Das ist dann eine richtige Stärke. Und ich meine, die Cowboys spielen viele Coverages, wo ihre Outside Cornerbacks eins gegen eins letztlich sind. Und dieser zweite Cornerspot war ein klarer Nied. Da haben wir letztes Jahr auch drüber gesprochen, dass die im Prinzip vor den Playoffs ja noch überhaupt nicht wussten, wer ihr zweiter Outside Starting Corner, weil sie da den einen dann benchen, den anderen bringen und irgendwie keiner so richtig überzeugt. Jetzt haben sie zwei richtig gute Outside Cornerbacks. Und das in Kombination mit diesem Passrush. Das sollte eigentlich eine richtig gute Formel sein, dann um auch defensiv auf einem hohen Level zu spielen. Und die Coles sparen in erster Linie Geld, klar. Ja, komm, nochmal ein Tag-Drei-Pick. Und ich meine, ich glaube, Gilmore passt jetzt auch einfach nicht mehr zu der Timeline, auf der die waren. Oder auf der sie jetzt dann sind mit wahrscheinlich einem Rookie-Quarterback. Und dann haben sie auch in der Mitte der Divins was gemacht. Und zwar vor allem Spieler gehalten. Leighton Vanderrush, der Linebacker. Und Donovan Wilson. Beide bleiben bei den Cowboys. Ja, und auch beide finde ich für faire Deals. Leighton Vanderrush fällt auch wieder, wir haben ja gestern über diese Linebacker-Deals gesprochen. Da gab es ja einige, die dann doch finanziell sehr überschaubar waren. Eher auch zwei Jahre elf Millionen, also fünfeinhalb pro Jahr. Dementsprechend, glaube ich, auch sehr gut für die Cowboys. Falls Vanderrush seine Vorsaison bestätigen kann, wo er jetzt letztes Jahr war, ja dann ziemlich gut, ist es ein Schnäppchen. Und falls nicht, ist es ein überschaubares Investment. Also voll okay. Und Donovan Wilson ein bisschen teurer. Drei Jahre 24 Millionen, 13,5 garantiert. Aber der war halt auch letztes Jahr ziemlich, ziemlich gut für die Cowboys. Und Dallas hat ja auch einiges mit drei Safeties dann gespielt. Und ich glaube, das ist immer noch ein Deal im Rahmen für einen sehr guten Roleplayer in dieser Defense. Die Minnesota Vikings schleimen sich weiter bei Adrian Franke ein. Nachdem er gestern schon gesagt hat, das gefällt mir, was die Vikings da machen, haben sie jetzt auch noch einen kleinen Liebling von Adrian verpflichtet. Er verpflichtet einen Ex-Cardinals-Spieler. Byron Murphy, der Cornerback, geht nach Minnesota. Ja, und für zwei Jahre 22 Millionen, muss ich sagen, den Deal mag ich sehr. Ich dachte, dass der drei, vier Millionen mehr kriegt pro Jahr. Ich finde es auch krass, dass Arizona das nicht matchen wollte, ehrlicherweise. Oder halt vielleicht Byron Murphy gesagt hat, auf Rebuild habe ich keinen Bock. Das kann natürlich auch sein. Cardinals haben jetzt ihre beiden besten Free Agents verloren. Oder auch zwei junge Spieler mit Zach Allen und Byron Murphy. Ich glaube, das unterstreicht in der Richtung, wie krass der Rebuild da einfach werden wird. Und aus Vikings Sicht halt eben ist es noch ein junger Spieler mit noch Upside, glaube ich, der für faires Geld unterschreibt. Und wenn der einschlägt, eben auch ein Building Block werden könnte. Also ja, Vikings Offseason, gefällt mir gut bisher. Auch, dass sie ihren Center Garrett Bradbury gehalten haben, wird wahrscheinlich nicht stören. Ja, der hat ja echt eine Weile gebraucht. Der war ja eine Zeit lang eine Schwachstelle und hatte so das Gefühl, das wird nichts mehr. Letztes Jahr hat er sich stabilisiert. Ich würde sagen, es ist ein solider Center nicht mehr, der halt schematisch ganz gut reinpasst. Zone Blocking Center. Und dann eben drei Jahre, gut fünf pro Jahr, ist dann halt auch echt voll in Ordnung. Also für ein Mid-Level-Starting Center, glaube ich, auch wieder ein Weichungsstil, der nicht irgendwie, nicht das Konto leer machst, aber der, glaube ich, dir eine solide Baseline gibt. Die Philadelphia Eagles haben in ihrer Defense schon einige Spieler verloren. James Bradbury, den Cornerback, können sie allerdings halten. Hatte ich nicht erwartet. Ich bin mal gespannt, was da noch passiert. Die Trade-Gerüchte um Darius Slay bleiben ja. Angeblich gab es da auch Gespräche mit den Cowboys sogar innerhalb der Division, um Slay nach Dallas zu traden, die dann Gilmore stattdessen genommen haben. Bradbury drei Jahre, 38 Millionen, 20 garantiert. Nochmal ein bisschen was zusätzlich per Boni möglich. Also vom Base-Value reden wir von ein bisschen mehr als zwölf pro Jahr. Das ist, glaube ich, in vollen Ordnung gutes und auch relativ klares Nummer-2-Corner-Geld, würde ich jetzt erst mal sagen. Da haben wir auch drüber gesprochen. Das ist seine beste Rolle, so eine High-End Nummer zwei. Ich will jetzt noch nicht zu sehr sagen, ja, die Eagles halten zumindest ihr Cornerback-Duo zusammen, weil, wer weiß, vielleicht wird Slay heute getradet. Das würde mich nicht schocken. Generell hat diese Defense natürlich super viel Turnaround. Und wenn du da so ein, zwei Säulen halten kannst für auch Geld, was, glaube ich, in Ordnung ist, dann solltest du das auch machen. Ja, aber immerhin nicht das, was ich erwartet habe, dass James Bradbury halt nach der Leistung plötzlich wieder als Nummer-1-Corner gesehen wird. Obwohl, vielleicht sehen die Eagles das, aber sie bezahlen ihn zumindest nicht so. Kann natürlich sein. Gleichzeitig wurde noch im Backfield was gemacht. Ich hatte ja sehr gehofft, dass Kenneth Gainwell da eine prominentere Rolle bekommt. Und das ist jetzt auch noch nicht ausgeschlossen. Allerdings haben die Eagles einen Running Back dazugeholt und einen gehalten. Den sie gehalten haben, ist Boston Scott. Nicht mal Senders, wohlgemerkt. Und dazugeholt haben sich Rashad Penny von den Seahawks. Ja, ich glaube, dass Gainwell da immer noch eine gute Rolle bekommt, weil, also sind wir ehrlich, bei Rashad Penny muss man halt wirklich sagen, wenn der fit bleibt. Und das ist ein großes Wenn bei einem Spieler, der noch nie mehr als 260 Snaps in einer Saison gespielt hat, noch nie mehr als 120 Runs in einer Saison hatte. Das ist ein großes Wenn. Und vermutlich werden sie seine Workload auch so ein bisschen managen. Könnte ich mir gut vorstellen. Aber wenn der fit bleibt, ich sehe ihn als Upgrade zu Sanders. Und ich glaube, hinter dieser Eagles-Line und mit Jalen Hurts noch als Rushing-Bedrohung, könnte Penny als Runner vor allem halt echt ziemliche Monsterzahlen auflegen. Mit der Physis, mit der Explosivität, die er hat. Ich glaube wirklich, dass er ein Upgrade zu Sanders sein kann. Es ist ein Einjahresvertrag, also eben auch ein Prove-It-Deal, keine langfristige Bindung oder so was. Aber ich bin gespannt, den in dieser Offense zu sehen. Und ich glaube, das könnte ziemlich gut werden. Ja, ich hatte natürlich naiv gehofft, dass sie nur mit Boston Scott verlängern. Aber klar, dass sie noch einen physischeren holen zu den beiden etwas kleineren Bags, ist natürlich nur verständlich. Ich könnte mir vorstellen, dass gerade bei Gainwell die Workload trotzdem hochgeht im Vergleich zu letztem Jahr. Ja, glaube ich auch. Dass wir vielleicht wirklich so einen, keine Ahnung, 50-50-Split oder so was bekommen zwischen den beiden. Weil Penny jetzt bisher ja einfach die Erfahrung seiner bisherigen NFL-Karriere ist halt einfach, dass du den nicht für 250 Runs einplanen kannst. Die Eagles lieben Boston Scott. 50-50 wird das nicht. Gut, der kriegt alle Carries gegen die Giants, das ist klar. Und damit schaust du. Apropos Running Backs. David Montgomery, Ex-Bears-Running Back, geht zu den Detroit Lions. Das ist wiederum eine spannende Verpflichtung, weil an Running Backs mangelt es eigentlich in Detroit nicht. Ja, wir werden dann auf Swift und Montgomery eben gehen. Jamal Williams ist der Free Agent. Das heißt, der ist dann jetzt raus. Kann man, glaube ich, sicher sagen. Also, ich dachte ehrlich gesagt, dass die Lions ein Kandidat sein könnten, um mit ihrem zweiten Erstrunden-Pick B. John Robinson zu draften. Den Top-Running Back dieses Jahr. Nee. Doch, weil der passt halt so zu Dan Campbell. Irgendwie so dieses ... Wir wollen eine physische Präsenz sein und auch im Run-Game dominieren und so weiter. Und wir haben jetzt den zweiten Erstrunden-Pick. Also, ich sitze gerade so ein bisschen parallel. Das wird dann jeden Tag so leicht verändert während der Free Agency, weil ich ihn bewusst erst nach der Free Agency dann fertig mache an meinem ersten Mock-Draft. Und ich finde es gar nicht so leicht, für Robinson einen Platz zu finden. Und Detroit war für mich so ein bisschen ... Das könnte ich mir vorstellen. Jetzt natürlich nicht mehr. Jetzt haben sie sich ihren First- und Second-Down-Runner, würde ich jetzt auf jeden Fall mal sagen, so geholt als eben Ergänzung zu Swift. Montgomery hat ein guter Back, solider Back, der hinter dieser Line bestimmt auch gute Zahlen auflegen wird. Ich glaube, das ergänzt sich auch gut mit Swift. Drei Jahre, 18 Millionen. Das ist ja auch voll okay. Also, da können sie ... Meine Garantien habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber ich würde stark vermuten, dass sie da auch früher wieder raus können, wenn sie das möchten. Ich glaube, das sind so die Running-Back-Verträge, die sind dann noch in Ordnung. Also, da machst du nicht viel kaputt und hast einen sehr soliden Runner einfach. Ja, überrascht mich aber schon ein bisschen, dass man David Montgomery jetzt haben muss, wenn man vielleicht mit Jamal Williams auch verlängern könnte, der das ja eigentlich ganz gut gemacht hat in dieser Rolle. Das stimmt schon. Und der auch noch ein bisschen mehr Physis mitbringt als David Montgomery. Das stimmt schon. Gleichzeitig bin ich großer Montgomery-Fan sozusagen. Also, kann das natürlich schwer kritisieren, aber vom Typ her hätte ich Jamal Williams fast ein bisschen besser gefunden. Williams ist halt auf jeden Fall mehr Power, wie du sagst. Ich glaube, Montgomery hat halt das komplettere Skillset. Also, wenn du eben einen haben willst, der noch eine breitere Rolle irgendwie einnehmen kann. Aber du hast ja einen Swift. Der kann für mich die breiteste aller Rollen einnehmen. Voll, voll. Und ich mag ja auch Swift echt. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass sie einfach Swift lieber in so einer primär Pass-Catching-Scatback-Rolle sehen. Ja, verschenkt in meinen Augen. Aber gut. Mal sehen, wie lange du diese Storyline durchziehen kannst mit Die Texans holen sich keinen Quarterback an zwei. Das ist gestorben mit der ... Das hing ja direkt damit zusammen, dass sie Jimmy Garoppolo holen. So schnell, so schnell gibst du das auf. Also, wenn sie Garoppolo geholt hätten, dann wäre ich da dabei geblieben. Aber, ja. Ja, und jetzt tun sie einiges dafür, dass der zukünftige, ich sag mal ganz direkt, Rookie-Quarterback eine sehr gute Line vor sich hat. Zumindest haben sie sich einen Offensive Guard geholt per Trade von den Bucks, nämlich Shaq Mason. Genau, auch für sehr überschaubare Kosten. Das ist ein Late-Round-Pick-Tausch. Ein Sechstrunden-Pick gegen einen Siebtrunden-Pick. Das war aus Bucks Sicht. Das ist natürlich ein Cap-Move, weil Mason war immer noch in Ordnung letztes Jahr. Und von dem trennst du dich halt jetzt, weil du eben das Geld sparen willst. Da ging auch die Meldung dann rum. Die hätten ihn wahrscheinlich entlassen, wenn sie keinen Trade-Partner gefunden hätten. Und das unterstreicht ja dann dieser Trade-Preis dann letztlich auch. Der ist immer noch erst 29, wird jetzt 30 im Sommer. Texans haben ja letztes Jahr Kenyon Green gedraftet. Also haben jetzt beide Guard-Spots besetzt. Sie haben Titus Howard rechts. Die Frage ist halt noch einmal, was machen sie auf Center? Kommt da noch jemand? Und dann, was passiert mit Laramie Tunsil? Weil da gibt es ja immer noch Trade-Gerüchte. Wenn diese beiden Fragen beantwortet werden, also wenn Tunsil bleibt und sie irgendeinen soliden Center finden, muss ja kein Superstar oder irgendwas sein. Aber wenn sie einen soliden Center finden, das wäre schon eine ziemlich, ziemlich starke Line für einen Rookie-Quarterback, der, wie gesagt, ich kann das Narrativ jetzt leider nicht aufrechterhalten, das hätte den Garoppolo Deal gebraucht, der dann an zwei kommen wird. Die Saints wollen, wie wir wissen, weiterhin kompetitiv bleiben, haben sich Derek Carr geholt. Und haben jetzt einen quasi Must-Do-Move hinterhergeschickt, einen Must-Do-Deal. Sie haben Michael Thomas gehalten, ihren White Receiver. Genau, da hieß ja eigentlich schon so, die Zeichen stehen so ein bisschen auf Trennung. Ich schätze auch, dass die Derek Carr-Verpflichtung da einiges dazu beigetragen hat. Es ist wohl ein Jahresvertrag über 10 Millionen bis zu 15 Boni-Zahlungen. Der Vertrag insgesamt, ich habe jetzt noch keine weiteren Details gesehen, aber alles, was man mitkriegt, stark über Einsatzzeit Boni aufgebaut, was ja Sinn ergibt über den Receiver, der die letzten drei Jahre, ich glaube, 13 Spiele oder so gemacht hat insgesamt. Und dann ist es im Endeffekt ja die Frage, wie viele Spiele bekommen sie von Michael Thomas? Was kriegst du leistungstechnisch noch? Letztes Mal, wenn wir ihn gesehen haben auf dem Feld, dann war er ja immer noch relativ gut. Ja. Und wenn du, sagen wir mal, 10 Spiele von ihm kriegst, dann könnte das eine interessante Offense sein mit Thomas, Olave, Kamara und so. Einer soliden Offensive Line und eben Derek Carr so ein bisschen als der Ballverteiler. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das eine ganz gute Offense werden kann. Und insofern in meinen Augen ein Deal, den du machen musst, weil wenn der jetzt weg gewesen wäre und Chris Olave quasi so der einzige hoffnungsvolle Wide Receiver da ist, aber Michael Thomas könnte ja dann ab nächstes Jahr einfach, wenn er fit ist, eine Nummer zwei sein. Und dann ist das schon wieder sehr interessant, weil Olave, wie gesagt, super Rookie-Saison gespielt. Gehen wir mal davon aus, dass er den nächsten Schritt macht mit einem besseren Quarterback an das Center. Also, ja, finde ich gar nicht so verkehrt, wie die Offense aussieht. Dann kommen wir zu den Tennessee Titans. Die haben sich gleich zwei deiner Sleeper-Spieler mehr oder weniger geholt. Aziz Al-Jahir ist der eine und Ardenki der zweite. Genau. Ähm, Al-Jahir, eben Ex-Niners-Linebacker, war er ja die Nummer drei eben hinter diesen beiden, ja, hinter dem besten Linebacker-Duo der Liga. Ist 25, relativ komplettes Skillset, physisch ein explosiver Downhill-Verteidiger auch. Ich glaube, der kann sich noch entwickeln, der kann sich noch steigern. Er ist natürlich der logische Ersatz für David Long, den sie ja verloren haben. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass Aziz Al-Jahir sogar besser werden kann als David Long, weil er für mich noch, wie gesagt, noch ein komplettes Skillset mitbringt. Während er gleichzeitig einige der Qualitäten hat, die Long eben auch hatte, gerade was die Physis und die Power Downhill angeht. Und Ardenki, also ich glaube, wenn ich sie gerankt hätte, meine Under-the-Radar-Free-Agent, der wäre wahrscheinlich meine Nummer eins gewesen. Kann innen und außen spielen in der Defensive Line. Mit der Explosivität gewinnt er auch gegen Guards in 50 Pressures letztes Jahr gehabt für Jacksonville. Gerade mal 27. Ich glaube, der passt super in das Profil der Titans-D-Line. Und ich sehe ihn auch als eine sehr gute Ergänzung, als einen Spielertyp, den sie so noch nicht haben, zu Jeffrey Simmons, zu den Nico Autry, eben zu den Spielern, die sie schon haben. Und dann drei Jahre, 21 Millionen, gerade mal 13 voll garantiert, auch voll im Rahmen. Also ich dachte ehrlich gesagt, dass der noch teurer wird. Andrew Dillard, zahlen sie mehr. Ja, ja, das ist also, und wenn du mich da fragst, wen willst du bezahlen, dann hätte ich mein Geld lieber Ardenki gegeben. Naja, dann haben die Kansas City Chiefs Charles O'Manio verpflichtet. War mein Nummer-3-Edge-Rusher auf dem Markt, was, denke ich, schon einigermaßen beschreibt, was ich von dem Signing halte. Finanziell überschaubar, zwei Jahre, 20 Millionen maximal. Für einen Spieler, der über die letzten beiden Jahre bei den Niners Top-Pass-Rush-Win-Rate-Werte hatte, auch eine gute Pressure-Quote hatte. Letztes Jahr 62 Quarterback-Pressures als Nummer-2 gegenüber von Nick Bosa. Und bei den Chiefs muss er ja auch nur die Nummer-2 eben sein, neben Chris Jones. Plus sie haben George Carloftes, der dann im Laufe seiner Rookie-Saison ja, immer bester wurde. Ich mag das Signing sehr für Kansas City. Und ich glaube, ehrlich gesagt, an den jeweiligen Punkten ihrer Karriere aktuell, dass das ein Upgrade zu Frank Clark ist. Für viel weniger Geld, logischerweise. Dann bleiben wir mal bei Edge-Rushern. Die Indianapolis Colts, da bin ich mir nicht so richtig, wo die Reise dahin geht, was die genau vorhaben. Aber sie haben auf jeden Fall jetzt einen neuen Edge-Rusher mit an Bord. Und zwar Samson Abukam. Du meinst, wo so die Kader-Richtung geht bei den Colts? Ja. Ja, verstehe ich. Also es ist so, wir werden da ausführlicher drüber sprechen. Aber wenn ich mir jetzt auch auf die sehr überschaubaren Moves bisher, wenn ich darauf gucke, gibt mir das keine Richtung vor. Jetzt Abukam teurer als Arden Key bezahlt. Ja, ich bin gespannt, was da noch so kommt, was die noch so machen. Ich bin da skeptisch. Aber Abukam finde ich ein gutes Signing erst mal an sich. Das sind drei Jahre, 27. Elf kriegt da im ersten Jahr. Auch eine oder andere, The Radar, Free Agents. Also die sind am zweiten Tag jetzt gut weggegangen. 45 Quarterback-Pressers 2021. 50 letztes Jahr gehabt. Ein klarer Outside-Rusher mit Agilität und Speed. Für mich ist er idealerweise eine Nummer drei in der Front. Und im Idealfall ist er das ja bei den Colts auch. Eben mit Bagnar und Quidi Pay. Dann sozusagen Abukam ist die drei. Er setzt ja dann quasi Yannick und Garquill. Also so werden so ein bisschen ... Ja, ich glaub, ein Upgrade zu dem, was ein Garquill jetzt noch ist. Aber ich seh da einen Punkt, dass man noch nicht so richtig greifen kann, wo die Colts jetzt kurz mittelfristig hinwollen. Ja. Vielleicht wird uns der Draft da ein bisschen mehr Aufschluss geben. Aber ja, das wird am Ende wahrscheinlich so ein Team sein, wo ich sage, zu schlecht für Rebuild, zu gut für Rebuild, zu schlecht für Angreifen. Aber warten wir es ab. Die Atlanta Falcons haben weiterhin investiert. Wir haben gestern drüber gesprochen. Und da haben wir auch über Caleb McGarry gesprochen, den Offensive Tackle, der dann eben noch Free Agent war zu dem Zeitpunkt. Aber auch der bleibt bei den Falcons. Und das ist nicht der einzige interessante Move, den sie gemacht haben. Den zweiten Move überlasse ich gerne komplett dir. Bei McGarry hatte ich wirklich keine Ahnung, wie der Markt aussehen würde. Weil der letztes Jahr so eine krasse Breakout-Saison hatte. Aber eben auch in einer wahnsinnig spezifischen Falcons-Offense, wo es schwer ist, den jetzt irgendwie, keine Ahnung, zu den Chiefs zu prognostizieren oder so. Da hätte ich mir halt einerseits irgendwie vorstellen können, dass irgendwer vielleicht sehr viel Geld für ihn bezahlt. Aber auf der anderen Seite auch, dass der Markt vielleicht eher klein ist. Weil Teams dann doch sagen, ich weiß nicht, ob der wirklich in einem Dropback-Passing-Game so gut funktioniert. Ein Breakout-Jahr in dieser Offense, keine Ahnung. Die Tendenz ist sicher jetzt eher zweiteres. Weil der Deal jetzt, finde ich, passt perfekt. Er bleibt in Atlanta, wo sein Skillset wahrscheinlich mit am besten zur Geltung kommt. Als Roundblocker allen voran. Und eben drei Jahre 34,5 Millionen, finde ich, ist dann schon fast ein Schnäppchen wieder. Wenn wir gucken einfach, wo der Markt für Starting Tackles ist. Und selbst wenn man jetzt sagt, gut, die Vorsaison wird er vielleicht so jetzt nicht unbedingt wiederholen können. Aber selbst wenn du sagst, du hast einen überdurchschnittlichen Right Tackle, also dann ist das immer noch ein sehr, sehr guter Deal. Deswegen, ja, Falcons, wir haben ja die Lindstrom-Vertragsverlängerung gehabt gestern für sehr viel Geld. Falcons halten ihre Line zusammen und diese Line ist ziemlich gut. Ich mag grundsätzlich das, was die Falcons bisher gemacht haben. Gerade, wie du schon angesprochen hast, der Preis wäre mit Gary echt überschaubar. Und dann haben sie jetzt noch einen weiteren Quarterback mit an Bord geholt. Wird so der Marcus Mariota-Ersatz. Ich kann dir dann jetzt nicht im Ansatz sagen, wer nächstes Jahr Starting Quarterback der Falcons sein wird. Ist das einer, den sie jetzt schon unter Vertrag haben? Draften sie noch mal einen? Wir werden sehen. Aber Taylor Heineke ist ab jetzt in Atlanta zu Hause. Mhm. Ja. Wenn du mich heute fragen würdest, würde ich sagen, dass wir nächste Saison Desmond Ritter und Taylor Heineke an verschiedenen Punkten als Starter sehen werden. Ich glaube eher, dass man Stand jetzt mit Desmond Ritter plant und Taylor Heineke als Absicherung dabei ist. Ich denke auch, dass Ritter der Starter sein wird und dass aber Heineke irgendwann reinkommt in der Saison. Das könnte ich mir bloß vorstellen. Ja, du warst schon immer etwas niedriger bei Desmond Ritter. Ich hab da noch Hoffnung. War mein Nummer zwei Quarterback. Ja, das stimmt. Also reale Zahlen bei Heineke sind zwei Jahre 14 Millionen, 6,3 garantiert. Weitere sechs Millionen sind in Bonuszahlungen möglich. Dadurch natürlich diese erste Zahl war so ein ... What? Was geben sie ihm? Zwei Jahre 20 Millionen. Davon sind halt sechs Jahre Boni. Das ist gutes Backup-Geld, so würde ich sagen. Und eben mit den Boni-Zahlungen, mit dem möglichen Deal, der halt auch beinhaltet, dass er starten könnte oder eben, dass er sozusagen das in seinem Vertrag drin hat. Wenn er startet, dann kriegt er bestimmte zusätzliche Gelder. Ja, für mich steht da eine ähnliche Frage drüber, wie die, die du gerade schon jetzt gestellt hast. Ich weiß nicht, ob sie jetzt mit Heineke und Ritter in die Saison einfach gehen, ob sie jetzt diese beiden sich anschauen und aber sagen, wenn jetzt einer im Draft zu uns abrutscht, Falcons picken ja acht, glaube ich. Ja, acht müsste sein. Dann draften wir den auch, weiß ich nicht. Auch so ein bisschen die Frage, warum so jetzt, also ist Taylor Heineke jetzt so ein Quarterback, auf den du am zweiten Tag der Free Agency pushen musst? Ja, keine Ahnung. So ein bisschen den Move finde ich noch schwierig einzuordnen. Aber Tendenz für mich ist auch, die gehen mit Ritter und Heineke in die Saison und Ritter soll starten und dann mal gucken. Ja, und der ist ja, der Vertrag ist ja noch im Rahmen, wenn man sich das mit den anderen Backup-Quarterbacks, die jetzt in dieser Free Agency untergekommen sind, vergleicht. Also finde ich jetzt nicht so krass. Es ist kein Outlier oder sowas. Es ist schon am oberen Limit insgesamt. Also Mike White war teurer, oder? Mike White, glaube, war teurer, ja. Und wie viel besser ist Mike White als Taylor Heineke? Ja, das stimmt. Darüber lässt sich streiten. Ich finde nämlich, wenn dann nur minimal. Stichwort Backup-Quarterbacks. Auch Andy Dalton hat einen neuen Job, ein neues Team. Es sind die Carolina Panthers. Wie sehr lässt das die Quoten sinken in Sachen CJ Stroud an eins zu den Panthers? Das habe ich mich gestern auch gefragt. Du kannst natürlich in beide Richtungen argumentieren. Du kannst natürlich sagen, mit Dalton holst du dir in erster Linie einen guten Mentor. Egal, wer der Rookie ist. Einer, der sicher jetzt da nicht irgendwie die Ellbogen auspacken wird, sondern auch so ein Rookie ein bisschen unter seine Fittiche nimmt. Deal sind zwei Jahre 10 Millionen, also weniger jetzt als Heineke bekommen hat. 18 garantiert. Garantien sind höher als bei Heineke. Auch hier sind Boni-Zahlungen drin. Bis zu 17 insgesamt könnte er verdienen mit dem Vertrag. Bei den Panthers ist der Weg natürlich erst mal, viel klarer. Die sind in eins gegangen, um einen Quarterback zu draften. Sprich, Dalton ist maximal der Bridge-Quarterback, eher der Veteran-Backup-slash-Mentor. Ich glaube, in dem Zusammenhang ist es eine gute Verpflichtung, weil Dalton ist, glaube ich, ein guter Quarterback für diese Rolle. Ich meine, man kann natürlich jetzt das interpretieren und sagen, Dalton war letztes Jahr ein guter, solider Starter noch. Er hat eine Saison in Ordnung, die er bei den Saints gespielt hat. Vielleicht wollen sie doch eher einen Quarterback an eins, der nicht direkt spielen soll. Das könnte man natürlich reininterpretieren. Aber du könntest eben auch sagen, das ist halt einfach einer, der eine solide Nummer zwei ist. Und egal, wer der Pick an eins sein wird, dem auch helfen wird. Dann wechseln wir rüber zu den San Francisco von den Niners. Die haben ihren Center Jack Brandl halten können. Ja, Center war so ein bisschen die Under-the-Radar-Frage bei den Niners. Right Tackle war klar, Mike McGlinchey weg, muss man ersetzen. Wenn Brandl auch gegangen wäre, wäre Center halt auch eine Baustelle geworden in der Offense, wo wir ja wissen, dass die Line einfach wichtig ist, dass der Center auch wahrscheinlich wichtiger als in vielen anderen Offenses ist, was das Run-Game eben angeht. Und sie zahlen ihm 20 Millionen über vier Jahre. Acht davon garantiert, finde ich, voll in Ordnung. Brandl natürlich ist jetzt kein Superstar-Center oder so was. Aber halt auch hier wieder solide. Und er funktioniert in der Offense, hat er letztes Jahr gezeigt. Das war ja sein Erster als Vollzeit-Starter dann bei den Niners. Ist so ein bisschen für mich ... Auch hier so ein bisschen der Trend dieser Free Agency, die Center-Deals, die wir gesehen haben, finde ich, sind fast alle sehr fair und sehr im Rahmen gewesen. Das kann man bei den Linebackern ja, wie gesagt, auch behaupten. Und die Cardinals haben einen neuen Linebacker, Kayser White. Ja, ich hab mir das wirklich gedacht, dass die beiden Eagles-Starting-Linebacker aus der vergangenen Saison waren ja Free Agent. Ich hätte mir das gedacht, dass sie einen der beiden holen. T.J. Edwards hat ja bei den Bears gelandet, Kayser White ist der andere. Der hatte eine gute Saison 2021 schon bei den Chargers, dann eine gute Saison letztes Jahr bei den Eagles eben. Unter Jonathan Gannon, dem neuen Cardinals-Head-Coach. Ja, logischer Fit, auch wenn du eine neue Defense installieren willst, einen zu haben, der weiß, wie die Defense funktioniert, der ein guter Leader ist, solche Sachen. Gerade als Off-Ball-Linebacker, ne? Genau, genau. Das Profil passt halt ideal. Und für zwei Jahre elf Millionen sind wir wieder in dieser Range, diese typische Linebacker-Range dieses Jahr. Kann man das auf jeden Fall machen. Der hat eine gute Range, der hat guten Speed, der ist gut in Coverage. Ich glaub, der wird gut mit Savin Collins funktionieren als Duo. Ich bin gespannt, was sie mit Simmons machen. In meinem Base-Defense wird Simmons sicher der dritte Linebacker sein. Oder was heißt sicher? Das ist meine Vermutung. Aber was sie darüber hinaus mit ihm vorhaben, boah, keine Ahnung. Wirklich keine Ahnung, ob der dann überhaupt eine größere Rolle spielt. Ich denk, White und Collins wird das primäre Linebacker-Duo sein. Und damit kannst du auch arbeiten. Und zum Abschluss haben wir Larry Ogunjobi. Der wird in Pittsburgh bleiben. Genau, nach einer soliden Saison, kann man, glaub ich, sagen. Letztes Jahr in der Free Agency hatte der ja eigentlich schon diesen fetten Vertrag bei den Bears ausgehandelt. Dann ist der Deal geplatzt, wegen noch einer alten Fußverletzung von ihm. Dann ist er nach Pittsburgh. Und diese Saison war in Ordnung, würde ich sagen. Der Deal ist mehr, als ich gedacht hab. Drei Jahre, 28,75. Davon über 21 über die ersten beiden Jahre. Ist nicht wenig Geld, aber sie setzen halt bei ihm natürlich auf die Pass-Rush-Qualitäten. Diese Explosivität, Interior-Pressure. Das ist sein Spiel. Und bestimmt hoffen sie, dass sie da noch ein bisschen mehr rauskitzeln können. Das war unser Free Agency News Update Part 2. Wir machen damit morgen weiter. Vielleicht ja dann mit einem Aaron Rodgers Trade. Aber vor allem auch unseren Gewinnern und Verlierern der bisherigen Free Agency. Was glaubst du, könnte noch passieren? Also, Tight Ends sind noch einige mit dabei. Wir haben noch Orlando Brown. Genau, Orlando Brown. Top Offensive Tackle. Habe ich heute auch ein paar Fragen bekommen. Da sind jetzt doch einige Tackles weg. McGarry hatten wir heute. Andre Dillard, Wiley, Javon Taylor. Calvin Beecham bleibt in Arizona. McGlinchey natürlich. Also, es sind ja viele der Tackles jetzt auch weg. Ich glaube, bei Orlando Brown ist der Disconnect halt tatsächlich, dass er sich als reinen Left-Tackle sieht. Sowohl von der Position her, als auch vom Geld her. Und viele Teams ihn, glaube ich, auch als Right-Tackle sehen würden. Das heißt, da ist so die Frage, wo ... Wann gibt eine Seite nach? Und was bedeutet das dann finanziell? Das könnte dann auch noch ein bisschen dauern. Ansonsten, Tight Ends, genau. Tight Ends, finde ich, ist auf jeden Fall ein Punkt. Da sind ja eigentlich alle der Top-Kandidaten noch auf dem Markt. Da hatten wir wirklich nur so Low-End-Signings. Chris Mannerts, Josh Oliver wirklich am unteren Ende des Spektrums. Und Schulz, Gesicki und so, die wir vorhin angesprochen haben, sind alle noch da. Aber ich frage mich immer noch, ob wir irgendwann dann einen Receiver-Run bekommen. Weil Receiver ist ja jetzt dann auch klar so im Vergleich. Selbst Running Backs sind ja mittlerweile mehr. Da haben wir ja gar nicht über alle gesprochen. Raheem Mostert bleibt in Miami. Samadji Piran geht nach Denver. Selbst da sind ja jetzt doch mehrere weg vom Markt. Und Receiver ist ja jetzt fast noch gar nichts passiert. Myers und Lazard, so die beiden Namen. Ob wir da irgendwann einen Run bekommen. Aber bei Receiver, finde ich, muss man auch sagen, da sind viele Wide Receiver, die so grob in einem ähnlichen Tier sind. Und wenn das passiert, sind Teams natürlich weniger gewillt, jetzt für einen spezifisch viel Geld auszugeben. Was dann für die einzelnen Spieler halt heißt, dass der Markt nicht so attraktiv ist, wie sie sich das gedacht hatten. Und dann kann es eben auch dauern, bis dann irgendwie einzelne Receiver vielleicht mit ihren Forderungen runtergehen. Also, wir sind gespannt, was noch passiert. Wir hören uns auf jeden Fall morgen dann wieder im Laufe des Vormittags, würde ich mal sagen. Und dann updaten wir euch zum dritten Mal, was alles rund um die Free Agency in der NFL angeht. Das war es für heute. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.